Musik Zur Pflege während der Erkältungszeit sind Aromamischungen für Groß und Klein getragt. Zum Einmassieren auf Brust und Rücken, für Wohltuende Wickel, für Aromabäder oder zur Raumbeduftung. Der Engelwurzbalsam, pflegend bei empfindlicher Schnupfnase. Riecht krautig, intensiv und erdig. Die Nasenflügel von außen einreiben und so helfen Angelikawurzel, Majoran, Timian, Johanniskraut in Olivenöl, Bienenwachs und Wollwachs, den Schnupfen gut zu überwinden.